Musik Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und super leichten Sonntags-Platin mit Welcome to Erwin's Story in the World of Our Church and Halloween Visual Novel. Das Ganze kostet wie immer 99 Cent. Dauer der Platin wahrscheinlich hier nur wieder eine Minute. Wir gehen sofort hier auf Start, dann direkt hier auf die 1. Und dann skippen wir hier alles einfach mit dem X-Button weg. So, da haben wir direkt schon Trophäe Nummer 1. So, jetzt müssen wir hier nochmal. Oh, scheiße. Falscher Knopf, sorry. Aber müssen wir hier nochmal kurz laufen. So, zack. Complete Level 2. So, hier auch wieder alles schön mit dem X-Button wegdrücken. Ja, sei denn, ihr wollt es unbedingt lesen. Nächste Trophy, wieder nächste Trophy. Complete Level 5. Ja, meine Batterie ist schwach. Weiß ich. Complete Level 6. No, complete Level 7. So, complete Level 8. Nice. Da gehen wir noch einmal auf die 9. No, hier müssen wir jetzt ein bisschen laufen. So, complete Level 9. 100%. Und da ist die begehrte Sonntags Platin. Und somit verabschiede ich mich schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonnieren. Glocke aktivieren, damit auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und Servus. Ciao. Musik. 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 Musik.